äh Junge, dein Ernst aber die nächsten Kandidaten oh Junge, mach doch mal die Jauhler aus ja, hallo und recht ist das jetzt zu kommen zu einer weiteren Folge LSPDF1 oder haben wir ja schon gleich den ersten Einsatz Adam 4, copy ja, der Arrest-Sim Respekt ist in possession ja, die Frage ist nur wo wird ja nicht angezeigt hier auf der Karte nicht meine geile fahrzeug und top kollega du kannst die sirene ausmachen hey glad you're here ich bin ich bin der Wolle ich bin mit dem Benz hier und nachhaltig die bühne jawohl danke so wollte ich es haben genau so wollte ich es haben so aussteigen mein freund aufsteigen hinlegen genau mit meiner länder so einer namen katholik der katholik der katholik der katholik der Fall von den Kollegen hier noch umfahren ich mache in der Weile mal hier den Alarm aus nur noch mal hinten einsteigen wir fangen hier mal an die Seite irgendwie irgendwie noch das Fahrzeug abschrecken lassen das muss ich hier aus dem Weg Kodi, du kannst abhauen äh Junge, dein Ernst? L.S.P.D. aber den nächsten Kandidaten oh Junge, mach doch mal die Jaula aus Mann ähm ja irgendwie muss man dich jetzt hier verhaften, Kollege hau, hau mir auf, der mir die Tür ans Kreuz ey, sag mal ey, sag mal immer noch alle ganz dicht, oder Bart hier? oh Leute, wo holt man sich jetzt ganz schnell den Absteppern hier die machen hier die ganze Kreuzung zu hau mir hier oh Leute, euer Ernst jetzt hier Kollege, du kannst nach Hause frei, wo fährt er hier nie? was ist doch, ich war jetzt hier was ist denn? nenn oh, tja, nervtötend ah haben wir jetzt endlich verstanden oh ne, sie soll weg weggeploppt ok ok meiiine Güte wir fahren hier mal an die Seite hm ist ja nicht auszuhalten, jetzt machen wir hier den Bluflecker vom Auto machen so jetzt können wir jetzt mal ganz in Ruhe Taxi für euch rufen Herrgott, nochmal ist ja schlimm puh, was für ein Chaos was für ein Chaos gerade eben der nächste Kollege, der Chaos anrichtet ich halt hier am Kopf nicht aus ich halt hier am Kopf nicht aus ey hey 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 screw you hu ist hier was los so dann können wir aber unsere Streife jetzt hier fortsetzen die Hand in Ruhe das ist kaum wieder jetzt vorbei können wir hier gleich mal den nach vorne ja den nach vorne ja ich mal überprüfen würde ich sagen ey, er macht aber auch keinen Platz, wa? so ok ich sollte hier nicht auf dem Gleise stehen bleiben könnte bitterböses enden Gott wer fällt bei Rot, ok 066, proceed with caution. Ähm. Fahr mal rüber. Genau, fahr mal rüber über die Kreuzung. Nein. Hier kannst du nicht stehen bleiben. Fahr weiter geradeaus. Weiter geradeaus. Fahr. Und lass den Hydraten stehen. So, da kannst du auch nicht stehen bleiben. Komm, fahr weiter. So, hier an die Seite, bitte. Genau. So, ist mir das lieb. So, wir werden meinen Kollegen zur Unterstützung rufen. Solange warten wir noch einen Moment? Ach, da sind wir ja schon. So, dann können wir hier nämlich gleich erstmal, ja. Warum will er hier nicht reden? Hallo. Warum will er sich das wieder darüber haben? Okay. 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 Warum will er, da steht auch Press E. Ja, und ich drücke E. Irgendwie ist hier schon wieder was. Es ist zum... Also, wir werden mal jetzt der Alkoholtest machen. Okay. Da machen wir mal einen kleinen Augen. Meine Güte. Oh, ey. Hier geht heute wieder alle daneben, ey. Es ist... Ich möchte doch nur meine Waffe. So. Komm mal. Ey, Leute, ey. Ach, das macht doch hier. Ich schritte euch gleich Spaß. Sag mal. Ich sende es jetzt hier. So, jetzt aber. Meine Güte. Seine Autoschlüssel kriegt er nicht wieder. Wann soll er die wieder kriegen? Hier geht auch wieder alles schief, was schief gehen kann. Wieder so eine typisch lumpige Aufnahme. Komm hier an die Seite. Mal Taxi für dich rufen. Mal Taxi für dich rufen. So, dann können wir hier mal Abschleppwagen rufen. So, du kannst wieder in dein LKW einsteigen. Go on, you idiot. Get out of here. All my fault. Dispatch calling unit 1 Lincoln 18. We have a traffic alert for an armed robbery. So. Wir können ja unsere Schleife fortsetzen. Roger, dispatch. We are en route. Na, Junge, ich komme da wohl gleich aus dem Verkehr ziehen, ne? Ja. So. 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 Die nächste Kandidatin. Oh man, ist bald kein Platz mehr im Knast. Den hat er zu rufen hier. Küsst die aus dem Weg, kommt. Ich kippe wo der Kollege bleibt. Da ist er ja. Oh. Ich kippe hier wieder hübsch machen. So, weiter geht's. Oder? Warten wir hier noch mal aufschöpfen. Wo bleibt er denn? Äh, der ist oben. Okay, wir hatten sich geholt. Okay. So, wir sind wieder Code 4. Ups. Entschuldigung. Ja, ich weiß, ich bin bei Rot gefahren. Und dann schauen wir mal. Wir sind ja ordentlich, ne? Wir fahren erst mal grün. Wer ist denn hier mal grün? Ich weiß nicht, was die hier auf der Straße zu suchen hat. Junge Frau, was wird das hier? Irgendwie will das hier nicht heute so, wie ich das will mit dem Tasten. Naja, gut. Ich kuck mal, was der DQ, was die DQ, die da aufhören und sei. Was die da für ein Problem hat. Wow, du achst aber auch. Du, die doch nicht wahr, oder? Was die DQ, die da aufhören und sei, was die DQ, was die DQ, was die DQ, was die DQ, was die DQ. Was die DQ, was die DQ, was die DQ, was die DQ. Was die DQ, was die DQ, was die DQ. Was die DQ, 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 was die DQ. Ich arbeite hart. Aha. Und? Und? Fire on my right? Ich spreche mit meinen Manager. I'm not leaving on She's ID. Und? ok die will hier nicht gehen äh 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 au äh valentia ok 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 r r die die nicht dort gerade E-T-Gruhe, ich habe jetzt mal die Liste. Ich hab mir hier wo unser Auto ist. Roger, wir gehen jetzt! Und wir sind jetzt und wir wieder. So, gucken wir mal, was heute noch so schönes gibt hier. Uh, Chamberlain Hill. Dispatch, Suspect located, moving to engage. No thanks, I don't roll anymore. I'm not going to roll, I'm going to roll. Der Ritter, der Ritter. How are you? Ja, du musst dich gegen mein Auto rufen? Äh, ja, nee, klar, Junge. Er rennt gegen mein Auto und fällt tot um. Na. Guck, ob wir dir wegen so einer Rettungswagen rufen können hier. Ich, krass. Ja, krass. Hat dich am Auto gespürt. Fällt mir auch nicht um. An Ambulance requested from, äh, Davis Hospital. Respond Code 3. Oh, dann noch eine AMG. Ja, aber für ein schönes Fahrzeug. Muss ich ja mal ehrlich sagen. Also da hat Topmods wieder mal super Arbeit geleistet. Ähm, Ambulance ist in route. Na wo ist er denn? Hier und wo? Ach, da kommen sie ja schon. Oh, shit. Oh, shit. Ich hab ihm nichts getan. Der ist in mein Auto gelaufen. Kann ich ja nichts für. Kotflügel küsst. Ich bin unschuldig. Ihr habt es gesehen. Ihr seht meinen Kotflügel hier an. Nehmen die den jetzt mit, oder? Ich glaub ja. Ich würd ihn ja auf ne Trage packen. Warte mal, ich lobe mal lieber mit hier, bevor er meint. Okay. So. Right Hand hat sich den rechten AB gebraucht. Deswegen fällt man... Ah, da haben wir doch schon den nächsten Kandidaten. ... Oder warum war die Alarmlage bei dir an? Naja, gut. Schönen besuchen. Da hinten wird los! Gehen wir mal. Gucken wir mal. Was da hinten los ist. Hier gleich um der Ecke, näher, Tankstelle. Attention all units, citizens report. An assault on a civilian in... Was in hier? hier noch eine Seitenstraße? Ah, hier ist eine Seitenstraße, okay. Was soll denn hier sein? Ist doch hier an der Tagestelle, oder nicht? Wo liegt hier noch hinterher? Hm. Okay. So wie. Wir haben eine mögliche 148 in West-Vinewood. Was ist das? Da guckt man ja gerade an der Rechtsidee. Hat diejenige hier echt verprügelt? So, das wären die junge Frau. Ein armen Tankwart hier. Ähm. Okay. Das haben wir jetzt nicht gesehen, was er da macht. Hier. Schau mal. Was ist los? Hat das eine Ordnung bei Ihnen hier hinten? Hallo, Meister? Ey, hat das okay? Wollte ich Ihnen eine Rettungswahl rufen? Na gut. So, naja, das ist nicht für uns. Da das Ehrwann führt. 14. Und so, dann werden wir uns hier vorher nochmal durchsuchen. Ist das nicht irgendwelche noch, wenn ich eine Gegenstände bei sich träge? Ja, warte mal einen Moment, kannst du sie so gleich mitnehmen. Okay, und damit kackt ihr dann halt mal mein Dings ab. Mein RSPDFA. Ich würde sagen, wir machen jetzt hier mal Schluss. Reicht ihr auch? Na, ich habe da mal das neue Fahrzeug von Topwatch gesehen. Die chiken Mercedes G-Klasse hier. Ich meine, dass ich gegant habe. Tja, und ich sage da mal, ich würde die Kopf gehen. Bye, bye, bis zum nächsten Mal. Euer Ophys Alumbi.